Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes so ja hier müssen mal ein bisschen was aufklären schauen wir uns einfach mal hier die Gleise an vielleicht gibt es ja hier irgendwas ne gibt es nix hier komme ich nicht hoch schön oh ok war das was zu bedeuten watson please tell me do you believe in of course not homes then you are of the opinion that a train cannot simply disappear well we both know that that is obvious why are you asking such peculiar questions a little patience Watson you will understand my point quite soon so are you quite certain that you saw the train at Evesham station yes of course we saw it coming the headlights and heard the whistle but that is it we didn't see the train itself oh but oh Holmes I'm a a little confused Zug experiment die demonstrieren ok Ok. Tab. Sehr interessant. Na dann, los. Ähm. Da hin. Ich sollte das objektiv hier benutzen. Ich sollte das objektiv hier benutzen. Bremse? Eh? Hallo? So, I should use the appropriate object here. So, so, I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. I know that there must be a wheel behind there. Oh wow. Gibt es hier noch irgendeinen Teil? Holzrumpf. I should use the appropriate object here. Ähm, passenden Gegenstand. So. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. we have to go on. Truth in the future. Using thehmen Monetary, The power drive, the power drive. Uh, F? The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary. My dear Watson, we shall need a fire extinguisher. Okay. Feuerlöscher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. The steam whistle is ready to be used. Oh. Jepsa. So, such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surrounding. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Ach, yeah. So. Ähm. Hier lang. Jetzt haben wir zwei Karten. Äh. Jetzt. Hage mal. Äh. Äh. Hier ist es. Es ist eine Seite. Die Räulein. Die erste Räulein ist zwischen Bridlington und Chesterfield. Es gibt eine weitere Station. Es ist zwischen Chesterfield und Evesham. Und es sollte eine Seite-Räulein sein. Und es sollte eine Seite-Räulein sein. Es ist eine kleine Sektion der Räulein. Die Räulein. Und es ist eine kleine Sektion. Und es ist eine kleine Sektion der Räulein. Die Räulein. So. Gibt es nichts mehr. Bei Tab gibt es auch nichts mehr. So. Da wartet jemand drinnen. Gucken erstmal hier hinten rein. Da sitzt jemand. Okay. Seitlich gesehen ist nichts. Gehen wir in die Wartehalle. Wo will der hin? A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Hmm. 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 This scent is familiar to me. But in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Jewelow. 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 Du du duu Ehhhhhhhhhh Huh? Ehhhhhhhhhh Sch- Wo? So. Perfis. Quite an expensive one, too. Achso, hier, Tee. Okay. 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 Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann, bleib entspannt, genießt den Tag und bye-bye.